Alter! Verpiss dich aus meinem Turm! Ey, ganz ehrlich, Sebo! Kann ich erst mal los? Kannst du ja. Sebi! Alter, verpiss dich von diesem Turm! Alter, da ist ja eh nichts drin! Alter! Verpiss dich! Verpiss dich einfach! Gott! Alter! Warte mal, in dem Turm war schon jemand! Oh Gott, ich werde angegriffen von all den Zeiten! Bist du mich ver... Egal, lieber, aber! Wasser! Bruder, bei mir ist... St. Bist du einfach da hinten? Eh, nenn, 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 nenn... Hier ist auch eine Burg! LoL! Ja, das ist mal eine Burg hier. Hi! ich bin da drüben gewesen ich weiß es nicht wie der Spiegel funktioniert der Magic Mirror Loller Flugschraub geht einfach nur unnötig kaputt bei sowas na gut also das ist meine Burg Jörgke oh ja, ich hab da ansprucht klaro da haben wir die Brüdertyp was auch immer das für ein Teil ist ich glaube die OP-Appel lass ich lieber mal unten Go Go Power Ranger ich looter es wahrscheinlich den Turm macht los ich hab kein Essen äh, ja gut, hab ich gedacht Kien jetzt essen mehr in meinem Haus zu testen CD hat das in der Wahrheit es ist für mich nicht die Kug der Meister und ich glaube ich nehme jetzt immer mit Brüder muss ich mir sonst ein Problem der Äpfel dann werden auch für eine Verschwendung die nächsten Teilen die auch essen fuck doch das ist ein Äpfel fuck doch Peter wer hat die Kokosnuss? wer hat die Kokosnuss? wer hat die Kokosnuss geklaut? what the fuck Bum CD Melodie gehört übrigens eigentlich zu einem anderen Lied Loll mit Schiff fährt von alleine das war die Orte und dann in der Kirche Kürtel schon mal aber egal Rolf Rolf Feigen Riftlochzeug und Böse Edi wollte mich alle angreifen auch die ganzen Kackspinnern her aus dem Kackspinnenreich äh nein aus dem Spawner aber eben das ja das Kackspinnenreich wo kommt die denn nicht schon wieder her ich würde gerne wissen wo die oder entgegner ist dann wenn ich mir dann gleich mal was denn das war und wo und dann sind altkonten es ist ja gleich mal ein Wert soll die gewesen und er ist immer als er tot die Leiter in Spitzhack über die Mitglieder ich glaube die Mieter und der Aufsichtsrat das ist auch gelungen die Zeit mehr rauszufahren oder das ist tief zurückzufahren zu meinem schönen Hauslein Hauslein Häusler einfach nur nein Loll noch ein Raimov Aussage eine Spinner eine Spinner eine Spinner das kann man so ein Scheiß den Fischer nicht wir haben geschwommen so wir haben ein Mensch erster aber schaub ist zwei das der Windkrammer Re-Inforced Bowling diese Kiste hat mich angegriffen gott du bist bei sowas nur lustig Looten letzte Folge aufgehört aber dann kam es nicht dazu Schindelbubble Herr Lippen ich bin ich bin mal hat ihn wie ist es nicht wirklich an großes Schloss um und sie gibt es in einer Siese noch mehr Rärm Ops oder drüben ich wollte nicht Ich hab dein Führstück. Wollte nicht. Kannst du mir helfen bitte? Ja, ich komm an. Ich nehm auch so. Ja, dann bleib kurz stehen. Zwei Sekunden. Dann fahrzehentlich fertig. Oh Mann. Ich bin faul. Das sind so viele Mobs. Voll cool diese Küsten, die Mobs sind. Ich möchte das Ding ausdrücken. Kann man das vielleicht nicht züchten? Ja. Normal nicht. Oh Gott. Nee, 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 nee. Da lass mich nicht mal drauf einlaufen. So ein Drecksgegner. Das wird deprimiert. Ich muss Goldäpfel lassen, weil ich nichts zu messen habe. Wo bist du eigentlich? Ich bin in so einem Turm. Nein, nicht schon wieder. Ich bin da ein Rare Mob. Äh. Äh. Vorhin haben wir hier viele komische Kreaturen aus dem Boden. Unsichtbare Zombie-Geister. Alter. Simo. Hör auf mich zu stalken. Stalken? Stalk ich doch gar nicht. Du bist der Zombie. Du bist der Rare Mob. Du bist tot. Alter, da unten ist Lava. Ist das klar? Wo ist Lava unten? Alter. Verpiss dich aus meinem Turm. Ey, ganz ehrlich Sebo. Kann ich essen oder was? Kannst du ja. Ja. Sebi. Alter, verpiss dich von diesem Turm. Alter, da ist ja eh nichts drin. Alter. Verpiss dich. Die liegen nur mein Herz. Halbes. Verpiss dich einfach. Oh Gott. Alter. Warte mal, in dem Turm war schon jemand. Oh Gott, ich werde angegriffen von all den Zeiten. nein. War nicht aus. Wie so war es hier denn den Turm? Was tut du nicht die Welt Cawer in der aspirante, tolle breaker? Da war ja schon jemand. Da wird auch erklären, warum in der greiftes efter, sob Harald. Was war das denn jetzt? Jörg SNP und nicht so nett der Geist hat ich auch ein Golder Plätze sonst nichts besseres oh mein Gott es ist ein Arschloch und viele Spinnen waren hier ist eigentlich schon okay jetzt bin ich das tut der Volk Prozent jetzt sind äh woher hin zum Hacker ah der ist da oben ok wie warst du die Burg ne Burg war nix gescheits drin läuft keine Trecks Sack von Skelett jetzt hör mal auf mich abzuschießen den Salat hast du gessen gell aber der gewisse näh du Samariten du ja das war meine Schwester ja läuft ich weiß cool jetzt hab ich sogar schon Crystal Bow ich kann mein Backpack nicht öffnen ist ja auch nice also kann ich sie nicht schlagen leckt das einfach nur gerade ja ist leckt gerade extrem weil ich schlage gerade so eine lebendige Kiste es geht wieder weiter ja jetzt geht sie wieder hä ist voll zahm geworden diese Kiste aber jetzt nicht mehr hä ich kann sie nicht schlagen ich bin ein direkt die Dominanz von Lieder es leckt schon wieder ja es leckt schon die ganze Zeit so mal wer fliegt ja ich gerade so rum die Nachricht habt ihr die Nachricht schon gekriegt ja T-Test also schlagen kann ich jedenfalls nichts mehr abbauen kann ich aber auch nicht äh auch nicht wirklich das die Kistenpump kann ich nicht sind wir annehmen wir auf wir nehmen jetzt etwa seit einer Stunde um 15 Minuten auf lol der der Ofen hat einfach in der Zwischenzeit überhaupt nichts gemacht bei mir und ich hab da jetzt in oben aufgestellt gehabt und ja wir wissen ich was ich jetzt gefunden habe das war's halt bei mir ja ich ich nehme noch ein bisschen länger auf naja ja ich bin nicht fertig schnapp das ja was denn also er hat ein Lips ich verschwinden aber auch die und geht aus dem wo ich noch will die Kalle der Städte und ich hoffe dass noch ein schönes Abend das war auch nicht bei unseren Leitungen ab und ich habe auch so ein paar aufgeträgt sie gut Prozent vor Ort das war ich dann nicht gesagt wenn wir alle wieder vergessen der läuft bedienen hat wir von dem ich noch entspielen sollte ich das hier schon gemacht habe wird jetzt geht jetzt kapiere ich okay ich bin tot okay ja ich hab das gefühl mit dem ändern kann es einfach ich habe damit einstatt mit schaden ist zwei hat jemand interesse so ich ein schon aber ich möchte mir selbst machen ich habe richtig viele bücher mit vertauberungen wie 2 also warte ich habe zwei habe ich glaube ich protection 2 und egal essen brauche ich trotzdem den richtigen kursen lassen es ist landen gingen essen das ist wirklich nicht das wissen könnte nein leider nicht ich weiß ich leider am liebsten rausgehen in die frische luft freiheit aus nacht Oh ne, ich seh ne Spinne Lecker Spinne Lecker Spinne Ohoho Ich seh keine Spinne Nee, Debo ist nicht mehr da Oh Ich hab halt das Problem, dass ich irgendwie nix mehr zu essen hab Böder Modillo Dankeschön Ich hab eben auch nichts mehr zu essen Aus diesem Grund geh ich glaube ich nach Hause Ohhhh Ich stehe aus diesem Grund Ich hab ein Pferd gewohnt nach einer Streichel Ja, na, das kenn ich Ich glaube Ich kann's probieren, aber sie sind gemein Also schade Das letzte Mal als ich mitgekriegt, ob es jemand ein Pferd gestreichelt hat So gestorben Oh, oh Direkt vor meiner Nase, vergiss es Ja Ich hab erst, wenn ich meinen ersten Block hab Hier gibt's ein Küsschen von Ähm, ja, ihm Oder ihr Ich erinnere mich mal von Spinnenaugen, ne Ich einfach mal überhaupt nicht laufen kann Ich müsste eigentlich auch noch so etwas haben Aber irgendwie hab ich das nicht Drecks, nee Einfach nur nein, stopp, Creeper Böse Aber ich hab überhaupt kein Schalge Oh mein Gott Ich bin blind Okay, ich bin tot Ich bin tot Nee, nee Nee, doch nicht Oh Oh Ich seh das Dorf Ich seh das Dorf und hier seh ich den Creeper Oh, ja Ja, meine 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 Rettung Oh mein Gott noch Oh mein Gott hinter mir ist die Creeper explodiert, wenn ich eine halbe Zeit Und ich hab's überlebt, oh mein Gott ist das ein Zufall Oh mein Gott, ich will trotzdem wegschleidern, oh mein Gott, dieses Gespräch zu schauen, oh mein Gott, ich weiß nicht, oh mein Gott Hab ich jetzt mal gesagt Nicht dein Gott, Gott ist für alle da Äh, ja, nicht Blatte ist, also jockst mich nicht Achso, egal Nein Ein Rare Mob, der hat mir mein Schwert geklaut, der Penner Ich bin so ein Idiot Ich bin so kurz vor dem Dorf, ich werf noch eine Enderperle, weil ich einfach das Gefühl hab, ich sterbe jetzt dann gleich und ja Ich sterbe dann durch die Enderperle Wo ist mein Schwert? Oh mein Ender-Shot hab ich wieder Oh, ich kann immer noch nicht essen Äh, lol Alter, wieder spawnen eigentlich überall, wo ich hinkomm, nur Rare Mobs Da sind meine Sachen und mein Grabstein Ich bin schon wieder gestorben in der Zwischenzeit Ja, ich hab, ich hab ja nur ein halbes Herz und dann hab ich nur in der Perle geworfen und ja Na gut Ich hab nicht so weit überlegt, weißt du Äh, das ist der Klassiker Ja Also, der, dieser, dieser Spiegel, dieser Meryl, äh, dieser Typ da, was ja Ja, er funktioniert doch so, dass ich, wenn ich, äh, im Freien bin, dann er speichert er diesen Punkt und, ähm, 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 speichert er diesen Punkt, prunk, 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 diesen Punkt